okay ich habe keine antwort darauf einen moment mal einen verkackten einen moment jetzt mal ich sehe euch auf das gott habe ich mir doch denken können dass ja auch ich würde eigentlich sagen dass es nicht kinderfrau nicht familienfreundlich erstens dieser ganze verlauf jetzt gerade ist nicht kinderfreundlich aber das ist egal weil ich habe den ganzen chat auf das ist eher ein 16 plus kanal 18 plus aber ich sag 16 plus sicherheits aber und zweitens aber ich bin doch manuel neuer da will wer den lachs gebuttert bekommen oder was was da will jemand den lachs gebuttert bekommen meinst du aber ja macht doch sinn mit ihm schreiben und dabei quatschen was ihr schreibt ich sehe euch auf discord ich kann zu euch kommen wird auch so weit gehen nein ich esse ihn gerne roh außerdem noch was ich könnte wirklich euch ich könnte jetzt auf discord gehen und euch dabei und ihr würdet euch selber im stream hören just saying ich wusste dass ihr wartet ja 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 ich kann was meinst du damit was meinst du damit was ja und das böse bush habe ich schon entdeckt ja der ist bei mir in der gefriertur ja ich verstehe die frage dabei nicht in welchem kontext ist die frage also wenn du lieber höhlen oder kämpfst du lieber mit deinem schwert gegen andere höhlenforscher okay jetzt langsam verstehe ich höhlenforscher höhlenforscher nein nein jetzt nicht ich kann mich, irgendeine und du bist in der gefriert habe ich schon etwas locken in der gefriertur und ich bin mir ein Bye das war ein huge das war ein huge das war ein huge das war ein huge und du bist eine huge die 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 was das das was yes ah what the freaking cut of me go shut the fish up yes bang freaking god unfassive und ahem promo promotion unpaid promotion did you just say suck my dick it sounded like he said suck my dick why why cause you're super super happy creepy the fuck ah hang castle it weird that i got the picture of sayori in the background right now like that's creepy hang castle sayori i think we're lost happy coincidence the game wants to tell me something this area is dangerous so be careful not to fall oh really and what did you already did right now easy peasy lemon squeezy take him on dead tea days we're like awesome now the ritual has been completed and it is released now the ritual has been completed and it is released and it was the 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 Vielen Dank.